Grüezi alle, Mitternand! Hallo! Wir spielen wieder Portal 2 Co-op! Portal? 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 Aha! Hingegen allem, was gesagt wurde, dass ich immer nur die gleichen Ansagen mache, habe ich heute eine andere gebracht. So, da unten ist, äh, Schwebe-Ding. Warte mal, ich habe es da dran gemacht. Und böse Tiere. Also diese Schießteile, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich meine? Ich habe irgendwas angemacht. Ich kann in diesen Strahl reingehen. Ja, brauchst du nicht. Ich habe den da oben. Warte das nochmal. Ja, da geht ein Laser an. Ja, was macht der Laser? Der strahlt einfach nur an eine Wand. Siehst du das nicht? Ja, doch. Sehe ich. Aber stört der die Verbindung von diesen komischen Wachtürmen? Nein. Vielleicht. Nein. Das ist ja nur so ein Strahl. Oh! Ich sehe was. Was siehst du? Ich weiß nur nicht, wie ich da dran kommen soll. Nein! Janik! Ja? Du hast mich gekillt! Warum hast du meinen Schwebe-Laser kaputt gemacht? Weil ich gerade was Witziges gefunden hatte. Hallo. Ich wusste nicht, dass du da drinnen hängst. Keine Ahnung. Sag. Ist da irgendwo eine Fläche, wo ich gegenspringen kann? Warte mal. Um schnell zu werden. Warte mal. Ich will mal gerade was Kurzes ausprobieren. Ich bin gleich fertig. Funktioniert bestimmt nicht. Sag ich doch. Oder? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist eine sehr gute Idee, Janik. Danke. Oh shit. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe Scheiße gebaut. Ich werde sterben. Oder? Ne. Doch nicht. Was hast du dir vor? Ich muss da wieder hoch. Komm mal doch ganz einfach wieder hoch. Ja, habe ich doch jetzt gerade. Gelb und Rot ist da unten. Wo bist du? Versteckt. Wo ist Gelb? Da wo ich jetzt gerade bin. Ich frage mich, wie ich da wieder rüber kommen soll. Schaffe ich es da rüber zu springen? Du hast einen Cube? Geronimo! Ja, ich habe es geschafft. Puh. Du hast einen Cube? Ja, wir brauchen den, um die ganzen Viecher da unten zu killen, glaube ich. Ach, dafür ist der Laser da. Dafür ist der Laser da. Ja. Willst du den Würfel haben, dass du die killen kannst? Jetzt musst du nur irgendwie hier hinkommen wieder, ne? Ist das nicht schwer? Oder das Ding ausmachen. Du musst dann unten vorne an der Spitze unter mir hier hinkommen. Warte mal, hier ist doch diese Fläche. Zack. Wo muss ich hinkommen? Ja, unter mir, weil du musst doch in das Blaue reinspringen, oder? Oder von wo? Ne, du musst... Hä? Ich muss doch einfach... Nein, nein, nein. Hier, gib mir mal den Cube. Du bist spoilt. Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Gib mir das. So. Sag mal Bescheid, wenn du beim Laser bist. Ja, warte, ich muss erstmal hier... wieder rüber. Ist da auf der Seite der Laser, oder was? Ja, ne, das Ding zum aktivieren. Ja, meine ich doch. Genau hier. Okay. Ja, jetzt noch nicht. Ich bin ja noch nicht da. Warte, jetzt bin ich da. Äh... Sind sie alle tot? Sie sind alle kaputt. Ja. Und jetzt? Wo müssen wir hin? Ich würde vorschlagen... Das da... Und das da... Den nehmen wir mit. Sieht gut aus, oder? Ja, sehr gut. Naja, doch. Geht. Ist ne Öffnung. Sehr gut. Ja, den mussten wir sogar mitnehmen. Endlich. Ich glaubte schon nie mehr testen zu können. Halt doch die Schnauze! Falls ihr euch über den Geruch wundert, so riecht menschliche Angst. Der Geruch fehlt mir. Okay, da kommt ein Würfel. Den muss ich fangen. Okay. Äh... Nein, so hoch kommst du gar nicht da. Naja. Was passiert hier? Kannst du nicht... Kannst du nicht an den Anfang davon gehen? Oh... What? Geh mal durch mein Portal. Warte. Kannst du dich da irgendwo beschleunigen? Nee, ich kann hier aber ein Emanzipationslaser weg machen. Okay. Ja, da muss auf jeden Fall einer hochkatapultiert werden, um den Dings zu holen. Um den Cube zu holen. Das ist schon mal klar. Ja. Oh! Jawoll! Hä? Äh... Ich weiß, wo wir hin müssen. Wohin? Wir müssen wieder rüber kommen, irgendwie. Auf die andere Seite. Ah, ist doch nicht schwer. Nein, den brauch ich! Bin da drüben. Ja, aber den brauch ich! Machen wir wieder neu. Ja, mach mal hier dein Dingens hin. Guck mal, wo ich stehe. Wohin? Da durch. Genau. Komm halt. Geh mal hier links rum. Hä? Und spring mal da unten hin. Hier drauf stehen bleiben? Ja, aber bringt nichts. Hab ich gerade gemerkt. Weil... Scheiße! Du kannst... Ah, warte mal! Doch! Du kannst doch hier Geschwindigkeit holen. Jetzt hab ich... Ja, hab ich jetzt durchgeschossen. Gut. Jetzt muss ich aber wieder zu... Fuck! Ah doch, deine Tele... Ähm... Ersetzt mal deinen... Hellblauen Teleporter hinter dich. Shit! Komm da oben nicht mehr hin. Ich komm da oben nicht mehr hin. Ja, warte. Kommen wir doch hin. Kann ich das Ding... Versuchen wir mich da oben hin zu platzieren. Du hast... Du hast gesagt, du kommst da oben nicht mehr hin. Mhm. Das, was ich da mache... Hier rüber. Und du springst einfach da rüber. Aha! Emanzipationslaser. Mein Ding geht da weg. Mein Ding geht da weg. Welches? Welche hast du ja gesetzt? Ja. Der unten. Ganz unten im Loch. Okay. Oder warte, 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 warte. Lass mal so stehen. Rot. Jetzt da hinten hin. Hier runter, genau. Da mach ich da gelb. Mach gelb gerade. Das Problem ist... Das Problem ist, ich muss das Ding umstellen. Dass es gerade nach oben geht. Nein. Ja, ja, ja. Nee, geh doch erstmal da durch. Guck doch mal, was da oben ist. Oh ja. Etwas, was wir zusammendrücken müssen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Und du kannst kein Portal da oben errichten, nehme ich an. Doch. Ja? Ja, aber nur mit Emanzipationslaser. Das heißt, wenn ich da durchgehe, dann ist der, der da unten ist, der ist dann weg. Gut. Aber... Ich könnte... Eventuell... Ich muss mal überlegen, wie machen wir das denn? Kann ich dich wirklich nirgendwo hier reinholen? Hier hochholen? Du kannst doch durch mein Portal springen, oder? Äh... Ja... Geh mal durch dein Portal durch. Warte mal. Durch das hellblaue. Genau. Und dann springen wir in mein Portal rein. Stimmt, da gehen ja nur meine weg. Ja. Richtig. Hier. Naja, ich habe schon gesehen. Ich habe die ganze Zeit hier zugeguckt. Okay. Drei, zwei, eins, go. Drei, zwei, eins, go. Jawohl. Laser. Machste kaputt. Geht nicht. Ja, geht nicht. Die haben ja keinen Laser. So, wir nehmen den hier jetzt erstmal. Und positionieren den hier. Damit wir uns diesen zweiten Cube holen können. Ja. So, jetzt musst du mich nur nochmal rüberschicken. Musst mir den Emanzipationsleser aufmachen. Jetzt musste ich im perfekten Moment springen. Warum? Du segelst doch die ganze Zeit hoch und runter. Ja. Ich habe Scheiße gebaut. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, aber wenn ich im falschen Moment reinspringe, segle ich auch im falschen Moment wieder hoch. Nein. Wer sagt denn, dass die Flugbahn genau gleich ist? Du hast ihn doch. Was willst du eigentlich? Oh. Das war aber nur Zufall. Der ist gegen dich geflogen. Also kann ich auch zu dir kommen, ja? Rein theoretisch. Wenn wir wissen, wo wir die Laser hinpacken müssen. Aua. Warte. Ja. Lass das da stehen. Ja, ja. Da ist oben eins aktiviert. Alles klar. So, wo muss denn der andere Laser hingehen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich sehe jetzt hier nichts mehr. Du musst auf jeden Fall hier dein Portal dran sitzen. Da, wo der Laser reingeht. Ja. Und dann? Wie komme ich jetzt rüber? Ja. Wie komme ich auch rüber? Das ist jetzt die nächste Frage. Wir müssen erstmal rausfinden, wo der Laser überhaupt rein muss. Ja, ich suche gerade. Sind deine Laser wieder weg. Warte mal. Ich gehe mal kurz rüber. Auf die andere Seite. Damit ich auch wieder da hoch kann. Nein. Nein, 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 nein. Warum? Ich will da oben gucken. Ja. Jetzt sind wir alle weg. Ja, das macht doch nichts. So. Das ist an. Jetzt müsstest du da hinten. Und dann wohin? Ja, das weiß ich ja noch nicht. Warte mal. Der hier kann doch runter. Ja, damit wir wieder hoch können zum Beispiel. Hm. So machen wir das doch. Zumindest einer von uns hoch kann. Oh, nee, ne. Okay, wir müssen beide nochmal zurück. Wir müssen beide nochmal zurück. Ja. Mach ich gerade. Das ist schonmal klar. Warte. So. Ich muss nochmal. Oh, fuck, man, ey. Diese Map, die, oh, ey, die macht mich gerade voll fertig. So. Bist du oben? Hm. Also kann ich da, ich muss, kann ich nochmal hoch gehen? Du kannst jetzt wieder hier oben hinkommen, ja. Okay. Dann mach ich wieder die Portale hier unten hin, dass das Ding angeht. Nee, komm am besten erstmal rüber, würde ich sagen. Weil sonst sind die Portale... Ja, hier auf die erste Plattform. Auf die untere Plattform. Von daraus kannst du doch die Portale setzen, oder? Achso. Ja. Das geht, ja. Also auf die hier. Mhm, genau. Das musste mir... Eventuell... Äh... Den Würfel hochgeben. Das schaffen wir nicht. Ich hätte den, glaub ich, gleich mitnehmen sollen, ey. Nee. Nee. Der hält doch einen Emanzipationslaser gar nicht. Ah, der wär ja weg gewesen. Okay. Nochmal alles auf Anfang, würde ich sagen. Wir müssen nochmal rüber. Ja. Scheiße. Okay. Ich stell dir schon mal deinen komischen Laser dahin. Äh, deinen Würfel. Und ich mach das Ding weg. Ja, und dann baller bitte dein Dunkelblaues da unten hin. Toll, jetzt hast du's weggemacht. Wo unten hin? Ach, warte. Ich muss schon wieder da rüber springen, um den... Oh, Alter, ey. Was hast du denn gemacht? Hä? Ja, du hast deinen... Äh, auf die Schräge hast du ja deinen platziert, damit wir rüber können. Ja. Nee, ja. Wie soll denn das funktionieren? Ich kann doch unten ganz hinsetzen. Dann komm ich ja nicht rüber. Ich weiß. Ich weiß. Ich hab aber vergessen, dass... Meiner essentiell wichtig ist, damit ich da hoch kann. Ja. So, jetzt hab ich den. Hier oben. Gut. Hast du komplett ausgerichtet. Ja, nee, nein. Ich hab... So. Dann komm ich jetzt mal zu dir. Oh. Oh, ich seh was. Was? Hm. Wie komm ich denn jetzt nur zu dir? So. Mhm. Aha. Du musst hier hochkommen. Ja, kann ich aber nicht, weil du deine Strahlen weggemacht hast. Ich weiß. Das Problem ist... Das Problem ist... Alter! Ist das heavy, ey. Das ist richtig heavy. So. Wir müssen den ganzen Scheiß nochmal von neu machen. Und da musst du mit mir durch... Mit mir durch springen. Der Cube ist ja oben. Das müssen wir ja nicht mehr neu machen. Jaja, das nicht. Ähm... Ja. Pfff. Bist du ne Flöte, Alter. Alter, ey. Diese Map fickt mich gerade in der Masse. Ich spring auf das Weiße zu und denk mir so, hä, warum teleportier ich dich? So. Alles klar. Kann ich jetzt hier weg, ja? Okay. Danke. Ja. So. Dann setz ich wieder den hier. Spring durch. Nein, ich muss ja erstmal die Dinger wieder neu setzen, sonst sind die ja gar nicht da. Ja. Genau. Du springst gleich durch den Emanzipationslaser. Achso. Achso. Ja. Stimmt. Wie kommen wir denn da drüber? Ich weiß wie... Ich weiß wie... Das ist doch so simpel, dass es simpel ist, Alter. Warte, ich komm gleich zu dir. Okay. Warum sind wir denn so blöd, Alter? Das ist Verwirrung. Das ist reinste Verwirrung. Wir kommen nicht dran. Hm. Ach, die Waldfee. Oh, nee, ne? Alter. Das ist sowas von... Okay. Die Dinger können wir nämlich jetzt gleich noch verändern oder neu setzen. Hm. Ich verstehe. Ja, dann spring durch, los, komm. Obwohl. Nein, das geht. Das geht gar nicht. Warum? Geht wohl. Okay. Dann zeig mal. Ja, ne? Mhm. Und wie kriegst du den jetzt hier hoch? Kommst du an die weiße Fläche nicht da unten dran? Verstehst? Das ist gemein. Ah. Das ist richtig gemein. Ah. Warte, komm mal her. 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 Ja, WhatsApp. Was willst du? Geh da rein in den... Und dann setz dich auf den Punkt da drauf. Achtung, geh mal runter. Alter. Gib mal, geh mal da weg da. Danke. Ja. So. Jetzt haben wir das eine. Jetzt muss ich das machen. Warte. Das ist doch ganz simpel. Doch. Du darfst doch deinen nicht wegmachen. Ich mach doch gar nichts. Ach so. Stimmt. Ach ja. Aber wie krieg ich den Laser jetzt? Darüber. Du kannst doch jetzt wieder runter. Das spielt doch keine Rolle. Meine sind gesetzt. Ich kann meinen Orangen immer wieder nachsetzen. Das oben war wichtig. Jetzt kannst du einfach machen, was du willst. Und ich setze meinen als allerletztes. Nur du musst mir die Option lassen, das machen zu können. Ja, aber wie will ich denn den Laserstrahl hier rüber kriegen, ohne dass ich deinen da wegnehme? Ach so. Mach doch. Ja, ich weiß. Ach so. Kann ich ja nicht. Du kannst ihn wieder auch unten an die Wände setzen. Spielt keine Rolle. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Ja, jetzt kann ich aber da unten nicht setzen. Ja, das mein ich doch. Ja, warum setzt du den nicht wieder auf die alte Wand, wo wir dem vorher hingesetzt haben? Welche alte Wand, wo wir dem vorher hingesetzt haben? Ja, unten. Hinten. Unten. Ja. Und auf der anderen Seite genauso. Warum? Du kannst doch jetzt da setzen. Da. Oder nicht? Ja, kann ich, aber jetzt hat's getroffen. Jetzt ist beides offen, warte. Muss ich nur noch zu dir rüberkommen. Jetzt musst du nur noch rüberkommen. Ohne durch den Laser zu gehen. Ja, und wie komme ich zu dir? Das ist nicht so einfach. Deswegen hab ich gesagt, geh mal durch den Laser durch. Alter, what the fuck? Durch welchen Laser sollte ich denn durchgehen, bitte? Durch diesen Emanzipations-Kack da. Ach, durch den roten oben bei dir? Nein. Mann, warum kann ich nicht markieren? Weiß ich auch nicht. Es ging immer mit F. Wir sind so blöd. Hallo. Ohne, alt. Alter. Oh mein Gott. Alter, wir stellen uns dummer an, als weiß ich nicht wer, ey. Ja, ne? Okay. Okay. Okay, zack, zack, da rüber dran springen. Oh, scheiße. Okay. Nein, ich wollte nur gucken, wie das funktionieren soll. Okay, wie kriegen wir Geschwindigkeit aufgebaut? Ist da drunter ne weiche, weiße Fläche? Ja. Ja. Warte mal. Willst du durchspringen? Ja. Ich muss meinen roten setzen. Wo willst denn du gegenspringen, Alter? Was war denn da an? Da oben ist das an. Über dir. Ach, der Sprungplattform-Ding. So, jetzt muss ich... ...da hin. Ja, die Sprungplattform ist aber wieder aus, mein Freund. Der hat nur... ...war nur kurz... Ah, dann warte. Dann muss ich meinen wieder da hinsetzen, meinen roten gleich wieder setzen. Ich muss da hoch drücken, dann musst du deinen an die Schräge platzieren. ...und schnell hier rüber laufen und unter mich platzieren. Warte mal, warte mal. Ich muss den... Den... Welchen muss ich denn dahin platzieren? Spielt keine Rolle. Einer muss dahin, hellblau oder dunkelblau, und einer muss hier unter mich, wo mein gelbes ist. Ja, das ist wo das gelbe ist. Aber erst, wenn ich oben aktiviert habe. Oder wenn ich durchgeflogen bin. Das schaffe ich ja nicht. Das geht ja nicht. Wie soll ich denn das zeitlich schaffen? Wie soll ich denn so schnell hier wieder rüberkommen? Sobald ich hier durchgegangen bin, spielt es keine Rolle. Dann kannst du schon rüber setzen. Dann sag mir, wann ich setzen soll. Ähm, jetzt. Nicht erst auf mein gelbes. Erst auf die Schräge. Und dann auf das gelbe. Ich hab gerade gesagt, wann ich die Portale setzen kann. Hä, Alexa, ich hab nicht mit dir gesprochen. Stopp. Ich muss doch erst mal durch das gelbe durchkommen. Ja, deswegen hab ich mich schon gewundert. Du musst wieder hier vorne setzen. Ja, hier, hier. Da. Jetzt. Oh, gib mir doch. Ach, du bist ein Vollfasten. Ich war doch noch gar nicht bereit. Ja, warum sagst du denn nix? Warum sagst du denn nix, dass du anfängst, du Schmuck? Ja, weil ich dachte, du wüsstest Bescheid. Ja, nee. Muss wir aber nicht. Bist du bereit? Ja. Jetzt. Aua. Da war ein Laser aktiv. Das hab ich mir schon gedacht. Dass wir da nicht so durchkommen. Hab ich mir schon fast gedacht. Äh, wir brauchen hier dieses Barriereding. Wie aktiviert sich das? Welches Barriereding? Hier. Ach so. Wahrscheinlich da oben. Ah, warte mal doch. Machen wir das gleiche nochmal? Ja. Ich lass dich da oben durchfeuern. Also hier. Durch. Da kommst du nämlich da drüben rein. Gegenüber. Oh. Yo. Gut. Da kriegst du einen hin und da kriegst du einen hin. Warte. Sag mir Bescheid, wenn du durchgehst, weil bei mir ist die Knarre davor. Ich bin durch. Jetzt. Nein. What? Warum hat das nicht geklappt? Ich bin unten an die Kante geknallt. Okay. Na, vielleicht nur doof geflogen. Äh, what the fuck? Was denn? Komm mal hier rüber, bitte kurz. Hm? Sehe ich das selber nur oder ist das im Spiel wirklich so? Guck mal auf die Scheibe da oben. Der tanzt. Da ist einer. WTF? Ja. So, warte. Ich bin durch. Jetzt. Nee, schon wieder. Geht nicht. Okay. Warum geht das nicht? Ist das machbar? Die Testkammer? Äh. Machbar bestimmt, ja. Aber wie? Alter, das muss doch die Lösung sein. Die Lösung. Ach, Quatsch. Was? Wir sind auch so blöd. Ähm. Spring mal direkt da durch. Ah, okay. Ja, blöd. Äh. 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 Den roten sitzt du unten hin. Der ist schon da. Ja. Warte, ich will auch mal. Springt echt voll unten gegen. Ja. Ja. Hm. Ernsthaft. Was? selbst sein gäbe ist mal hier hin da 1 drüber ganz oben dran so weit wie hoch wie möglich da ist so auch kommt man denn da jetzt nicht oh mein gott alter muss das von hier oben alter wie soll das funktionieren doch das geht das geht okay ich brauche das ja ich brauche das doch ich brauche dieses dieses genau dieses hier brauche ich auch da unten durch warte 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 ich habe ich habe es ich meine das ist das so machen wie vorhin du machst das doch grad voll umständlich dass mich das so machen wie vorhin nein du brauchst ja nur das untere setzen du brauchst ja nur da draufstehen stell dich da drauf und du musst nur mir das untere und das andere ding setzen mehr brauchst du nicht machen und die schräge das untere und die schräge mehr brauchst du nicht machen warte 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 wird selbst ein rotes portal beim durchfliegen dadurch ok ok mach einfach ja und wie soll ich dadurch springen du willst wollt wodurch ja wo soll ich jetzt durch springen ach da mein gott abs ah genauso es hat geklappt ja das ding ist an welches ding da war nein ich muss da drauf bleiben ok dann stelle ich wieder drauf jetzt musst du da oben hin na ja jetzt ist er weg echt jetzt steht nicht mehr hier im fenster und frag siehst du den noch im fenster ne ne ja ok was passiert hier würfel alter ich brauch dich hier hm warte mal ähm ja ich sehe das aber ich muss ja jetzt nicht mehr da draufstehen auf dem laser ding ne kannst du mir irgendwie die möglichkeit geben hochzukommen aber warte mal ich habe na warte ich krieg das selber hin hier kann man gar nicht durchlaufen nein warum kann man hier nicht durch weil da ein rahmen ist und siehst du das nicht ja sicher sehe ich das aber warum gibt es denn das ach so weil der strahl daher muss wie soll ich denn da unten dran kommen das muss ich machen wahrscheinlich du musst hier hoch kommen weil hier ist scheinbar das finish ich ja ja nice bleib mal so ja wo kommt denn der strahl jetzt her das habe ich gemacht jetzt musst du mir den würfel sozusagen bringen hallo 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 irgendwie muss der würfel würfel zu mir würfel 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 aber wie soll ich denn hier rauskommen um den würfel zu zerstören warte geh mal bleib mal stehen lass mal den würfel los geh mal hinten auf diese plattform drauf das da links stopp zurück da drauf und dann baller mal da durch irgendwo kannst du hin ballern irgendwo ja ich weiß wo ja ok warte wo hast du hinge... da wo hast du hingeballert ja guck mal zu mir ok warte ähm ähm shit kriegst du den roten irgendwie zu dir fuck wie soll ich das denn machen alter wollen wir mal gucken ob der rot wie der rote fliegt wenn ich den da durch werfe so wie er wie es jetzt ist mhm ob der da ob der auch gegen die kante fliegt ja ne 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 der soll ja zu mir kommen ja dann können wir doch danach sammelst du den unten wieder auf und ich katapultiere dich nochmal nach oben lass uns das mal ausprobieren jetzt hier ok mach mal warte ich lass das noch einmal zusammen ding mhm jetzt ja er ist gegen die kante geknallt liegt da unten ja gut dann kann ich ja jetzt auch nach unten kommen ja ich muss ja nach unten kommen ganz davon ab ja gut das gleiche spiel wie eben ja und am ende muss der laser anbleiben so so mein gelb ist es da wo muss ich mein rotes nochmal hin machen da oben lassen oder was ne warte mal warte mal warte mal warte mal gehen wir zurück immer zurück ich muss nochmal gerade nachdenken ne warte dahin hab alles hab alles alles gut wo ist ja ein rotes das nicht da unten ach da ja ok ähm ok ich lass dich gleich da unten hin posten scheiße was du kannst den schalter da oben doch gar nicht aktivieren wenn du das ding in der hand hast ich lass den ach du nein der fliegt ja so oder so durch ist doch egal ich lass den vor mir fliegen ok 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 ähm alles klar warte da 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 muss ich da hin und da hin ok 3 2 1 ich bin mit dem würfel los es hat nicht geklappt habe ich mir gedacht weil ich den würfel nicht loslassen konnte warum auch immer ich glaube keine ganze im flug nicht loslassen oder doch eigentlich schon gib mir den mal ah scheiße doch kann man loslassen achso wollte gucken ob man den in der luft loslassen kann ja hab ich doch gesagt kann man ja dann dann war es vielleicht nur ein fehler ja nochmal ja 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 aua was denn der würfel hat mir in der luft eine genockt und ich wurde ausgebremst hm 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 ähm eventuell komme ich auf dieselbe plattform wie du bist und du wirfst den würfel hinter mir her ja wie soll ich denn den würfel hinter dir her werfen ich ich springe rein und du wirfst den und dann kümmerst du dich um das was du machen sollst was das wo wo will ich den denn reinschmeißen alter setz mal dein portal an die wand ja 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 genau das andere da oben ja ja genau so mein gelb ist dahin ja ich muss durch das da ja mit dir zusammen durch mit dem würfel zusammen durch ja 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 jetzt nein ich bin mit durchgefallen echt jetzt ich bin tot ich bin mit durchgefallen das war geil ok mach nochmal das war witzig gerade ehrlich jetzt das war gerade wirklich witzig jetzt ach du scheiße nein funktioniert nicht der würfel hat mich genockt ja das funktioniert nicht warum das muss auch funktionieren es muss einen anderen weg geben vielleicht irgendwie irgendwie oder wir denken einfach zu viel oh warte mal hä warum sind wir eigentlich so blöd und so dumm was denn hä äh äh warte warte ja es ist doch ein bisschen komplizierter als ich gedacht habe ja 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 dann wieder annehmen das könnte klappen das könnte klappen das denn so unter mich mache sozusagen naja wollen wir mal versuchen ja lass mal versuchen ok lass mal versuchen warte mal warte mal ich bin jetzt nur Test gesprungen mhm damit ich auch den Ding entsetzen kann das Portal sag doch was alter oh hab ihn gedrückt nein hast ihn nicht gedrückt hä ne der war nicht gedrückt ich ey das war echt gut ich springe in 3 2 1 jetzt alter was ist das für ein scheiß warum funktioniert das denn nicht ich springe jetzt warum kann ich den Knopf nicht drücken mhm weiß ich nie bestellen wir uns einfach nur mega dumm an einfach das kann sein dass wir so richtig nubbelig sind einfach nur mhm 3 2 1 jetzt jetzt ich hab den Würfel nicht ich hast du den Würfel verloren äh äh Janik wie wärs eigentlich wenn du nachdem ich hochgesprungen bin das Portal gedrückt habe und dann nur noch den Würfel in meinen Weg hältst also mir in den Weg hältst und ich den einfach nur dir abnehme meinst du das klappt ne die Distanz ist zu weit warum schwöre ich dir nein du musst ja danach wenn ich den angenommen habe schnell nur noch rüber laufen ob das in der Millisekunde passiert und ich nicht sterbe oder ob du 2 Sekunden vorher schon da bist und ich nicht sterbe spielt doch keine Rolle aber du schaffst es doch bestimmt wieder hier auf den Knopf bevor ich da oben ankomme ne lass mal den Würfel hier dass du mir den hier angibst wenn ich hier wieder runter komme von da oben vom Knopf ne das schaffe ich nicht oder lass den da liegen lass den da liegen lass den da liegen und ich versuche den da aufzunehmen ja du nimmst den dir ok zack ok versuch's mal nein 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 hast du das gesehen? ich bin nicht gestorben 3, 2, 1 jetzt Alter es hat funktioniert Alter was sind wir für Genius Junge wir sind Nubbels alter wir sind Genius ja und jetzt ich denke mal warte ok ja doch das geht ähm mach du mal beide dadurch beide Portale lass mich zuerst durch ja jetzt kannst du auch durch fertig wir müssen einfach nur hier hinten hin Aja ohhhhhhh Hä! Achso ich dachte schon ja die war ganz gut weil sie schwer war oh 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 Eieieieieieieieieiei leute 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 was war das denn für ne Scheiße ehrlich ey ich wünsche euch was bis dahin Ciao Hori do.